Jo Leute, ich will mich mal für die krasse Resonanz auf dem letzten Video bedanken und auch mit dem Kanal Zuwachs. Ich danke euch so viel für den Support und ich hoffe, euch gefällt das Video. Es ist ein bisschen kürzer, aber viel Spaß. Kann ich pink haben? Pink ist ekelhaft. Auch wieder Chromate, man. Suspekt. Hey, wen kürt' ich denn jetzt? Das heißt, sehr suspekt, dass er droppt. Ich hab' wieder Chromate. Ich mach' immer erst oben, atme ne Ruhe. Voli fackt mich jetzt schon ab. Ja, die sind alle da. Die sind alle da. Das macht mich jetzt verdächtig. Danke. Wie lang ist noch dort? Pff. Max, du Idiot. Du bist so ein Idiot. Und du bist so ein Vollidiot. Max ist gewendet. Max ist gewendet. Guck mal, das Problem ist, ich bin der Einzigen hoch zu Atmen gegangen. Voli hat auch gesehen, wie ich da hingegangen bin. Als Alarm losging, bin ich da auch hingegangen. So, keiner ist mit mir mitgekommen. Gar keiner. Ich war am Atmen-Teil, hab' das gemacht. Auf einmal sehe ich von oben Max runterkommen, aus dem man die O2 macht. Von Zero Two? Ja, genau. Von Zero Two? Da kommst du, von Zero Two kommst du da nicht einfach hin. Also, ich kann proven, dass Juli wirklich hochgegangen ist, Admin. Es kann sein, dass Max gekillt hat und gewendet ist. Aber es kann auch sein, dass Juli jetzt einfach... Ich bin wirklich von Anfang an direkt bei Admin gewesen. Setz' mein Pferd, alles auf Max. Wenn Juli jetzt gewendet ist... Er war nicht bei mir. Er ist nicht mit mir hochgegangen. Ich hab' das Blick gehabt. Alter, wenn das jetzt stimmt, ne, bin ich... Aber der, der kam... Niemand ist mit mir hochgegangen. Niemand ist mit mir hochgegangen. 6, 0, 5... Okay, nice. Hä? War das nicht richtig? 6, 5, 7... Hä? Warum ist das denn nicht richtig? 0, 1, 6... Jetzt ist okay, oder was? Hä? Die Aufgabe bankt. Was ist das denn? Hey, was war das denn jetzt? The fuck? Der wird gebackt. Was war das denn? Das war jetzt richtig suspicious. Das war jetzt... Unlidged für mich einfach. Bitte mach, lass mich noch den Müll machen. Korrekt, danke dir. Danke dir. Bro, hat jemand hier reingeguckt? Hier sterben auch gerne öfter mal Menschen. Ah, hier. Hm. Hm. Ja, Black, wohin mit deinem Leben? Ich glaub, Black ist es auch. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, so der ist es, weil es ist ein bisschen asozial. Black ist es auch. Zieh ich mal. Mikro ist der Zweite. Warum? Ich hab ihn zweimal gesehen, Tasten, aber nicht gelaufen, ohne dass die Anzeige sich gefiltert hat. Ja, die Anzeige ist aber auch nicht sehr vertrauenswürdig. Ja, das hab ich schon beim letzten Mal gesagt, dass das nicht funktioniert. Zweimal ist für mich schon ziemlich... Es ist zweimal zu oft. Es kann aber sein, weil Teilaufgaben es kommt kein Schritt dazu. Es ist keine Teilaufgabe. Es war etwa einmal der Code und einmal das Gießen. Ja, ja, jetzt noch mal bitte. Also, wir sind acht Leute, wir können flippen. Also, ich würd Nico voten. Wenn es nicht ist, votet mich. Ich hab geskippt, weil für mich ist das kein Beweis. Ganz ehrlich. Wenn es Nico nicht ist, votet mir Black raus. So, wo du musst noch voten? Ich weiß, was ich war. Hau raus. Zehn Sekunden, lass noch. Wenn du jetzt nicht schläfst beim Fragen. Vort doch jetzt! Es ist Nico. Fertig. Oh mein Gott, es ist gar kein Beweis, Leute. Oh krass, okay. Sorry, Black. Sorry, aber sowas ist gar kein Beweis. Das funktioniert jetzt nicht bei dir. Ich hab's zweimal. Zweimal.